Okay, da sind wir wieder. Scanne nach dem Warp-Antrieb. Schlechte Neuigkeiten. Ist schon in gefallenen Händen. Hoffentlich bist du bereit. In den Mauern. Ich bin Schlechte Neuigkeiten. Oh Das war's für heute. Du hast gerade einen Archon erledigt. Das könnte die Gefallenen schwer treffen. Und wir haben einen Wurbantrieb. Jetzt können wir zum Mond. Ich muss dich zum Sprecher bringen. Untertitelung des ZDF, 2020 Es gab eine Zeit. In der wir weitaus mächtiger waren. Doch das ist lange her. Bis der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt. In ich derjenige, der für ihn spricht. Du hast sicher viele Fragen, Hüter. Mit letzter Kraft erschuf der Reisende die Geister, um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun, wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen? Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit, seinem uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten, die den Kindern Angst einjagen sollten. In letzter Zeit hört man keine mehr. Jetzt haben die Kinder ohnehin Angst. Die Dunkelheit kehrt zurück. Dieses Mal werden wir nicht überleben. Ihre Armeen umzingeln uns vor. Die Gefallenen sind nur der Anfang. Was kann ich tun? Schlage die Dunkelheit zurück. Die Hüter kämpfen auf und jenseits der Erde. Schließe dich ihnen an. Dein Geist wird dich führen. Ich hoffe, seine Entscheidung war weise. Sicher, klar doch. Wir gehen es gemeinsam an. Dein Geist wird dich führen. Geist wird dich führen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sieht interessant aus Das sieht sehr solide aus, Hüter Pass auf dich auf Eine Lieferung von Krups Hüter Wir sehen uns morgen Ich überprüfe, wie du das Viel Glück Viel Glück Der Turm ist zu groß Nicht genug Zeit Ich überprüfe, wie du das Berichten zufolge haben die Gefallenen im Kosmodrom die alte Himmelswacht besetzt Vielleicht ist einer ihrer Anführer da Oder etwas Wertvolles Der Sprecher bittet die Hüter, sich das anzusehen Okay, die Himmelswacht ist gleich hinter den Steppen Und von Gefallenen umzingelt Also, ich wäre bereit Okay, die Himmelswacht Vor dem Untergang muss es hier ganz wunderbar gewesen sein Tausende Menschen gingen an Bord der Kolonieschiffe, um neue Städte zu gründen Und jetzt holen sich die Gefallenen die Reste Da, auf dem Berg Das Gebäude mit dem Radar Das ist die Himmelswacht 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 Das ist die Himmelswacht